Und damit willkommen bei einem weiteren Spiel zum Sonntag. Ja, ein bekanntes Bild tut sich auf. Wir sind mal wieder bei Spiel mit, mit einem weiteren schönen Spiel. Ludo. Ich geh mal rein. Es ist nicht Udo das Spiel. Udo. Ja, es ist menschärgerlich nicht, aber mit leicht veränderten Dingen, man wird's sehen. Ich fang sogar an, es ist unfassbar. Wir spielen mit Computern? Ja. Oh, du hast echt mit Computern angestellt. Oh shit. Ach, egal, oder? Ja, ich weiß doch. Wenn du willst, ist es vielleicht noch lustiger. Wir schauen einfach mal. Oh shit. Genau, wenn man das Erde-Symbol hat auf dem Würfel, dann darf man raus. Oh, und es gibt dann noch ein Stern-Symbol, wie man sieht, dann kann man direkt aus dem Stern springen und kommt noch weiter. Und beim Erde-Symbol darf man noch mal würfeln. Oh, ich komm auch raus. Geil. Er kommt aus dem Knast raus. Es ist halt das klassische Mensch, ärgere dich nicht mit weiteren Modifizierungen. Man wird sich jetzt vielleicht schon fragen, hä, was soll das für ein Würfel sein? Der hat 1 bis 6, so wie ein Erde-Symbol und ein Stern-Symbol. Nein, eben nicht. Die 3 und die 5 fehlen einfach. Ja. Den gibt's im Real-Life natürlich auch nicht. Den ohne Würfel. Oh, guck mal hier, ich kann direkt in den Stern springen. Ach ja, wenn man auf den Stern kommt, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dann springt man genau so. Doch, das haben wir schon erwähnt, als der Stern vorhin dann war. Als wenn man einen Stern würfeln würde. Ich bin übrigens 4. Dann kriegt man nicht mal eine Plakette neben seinem Bild. Oh, jetzt bin ich 3. Ja, und das ist immer die Situation, wenn man auf ein Feld kommt, bei dem schon jemand auf einer Erde steht, dann fliegt derjenige, der da auf das Feld drauf will. Ja, weil Erden sind sehr mächtig. Scheiße, jetzt bin ich. Ja, sagen wir es gerade einnussvoll demonstriert bekommst. War das jetzt eine Erde oder war es ein Stern, wo du drauf bist? Eigentlich muss es ja eine Erde sein. Das war ein Stern. Ich habe es gerade auch gar nicht richtig erkannt, ne? So, hier, hier, hier. So. Bam. Jetzt werde ich richtig nach vorne marschieren. Ja, da gibt es noch so Nummern auf den Startfeldern von den Spielern. Man sieht es ja zum Beispiel 220 bei Murphy und bei mir 210. Da sind wie viele Felder insgesamt noch gelaufen werden müssen. Ja. Da kann man gut den Fortschritt sehen. Wer am nächsten dran ist am Sieg? Bam, jetzt haue ich den raus, der mich rausgehauen hat. Ich habe das Gefühl, dieses Spiel kann ewig dauern, aber wir machen es einfach ohne Cuts. Ohne Cuts. Ja, natürlich, wir haben ja auch schon, wir haben glaube ich bei, was war es denn? War es Harz? Haben sie schon mal eine 22 Minuten Folge gemacht? Es wird die längste Sonntag aller Zeiten. Der blaue kassiert, richtig? Ich will keine zwei, gut. Ja, ja, unsere Folgen sind halt immer sehr lang. Die passt ja auch zu uns. Weil wir so groß sind. Ja, natürlich. Ich glaube aber nicht mehr. Oh, da steht nicht mehr. Keine zwei! Oh! Keine zwei! Oh, shit! Ja, er hat den Start rausgehauen! Ja, er hätte einfach dich raushauen können! Du schließt doch da genauso zwei Felder entfernt vom Game. Aber er hat den blauen Brot. Was ist das denn so? Ja, wieso? Ja, er hätte doch eigentlich viel mehr Schaden anrichten können, wenn er dich ausgeworfen hätte, oder? Keine Ahnung. Er hat so entschieden, ich bin zufrieden. Das ist doch gut, das soll man mit PC spielen. Oh! Jetzt kannst du einen raushauen. Ja, das Problem ist, wenn dann danach über den Stern erwähnt. Das Problem ist folgendes, man kann natürlich einfach auf den Stern rauf. Das Problem ist, wenn der nächste dann den Stern erwähnt, dann kann er mich ja genauso rauskicken. Ja, muss man halt spekulieren. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich mach das einfach mal. Ich mach das einfach mal. Ich mach das einfach mal? Jolo-Runde hier heute. Ja, natürlich. Ja, und genau das hab ich gemeint. Es bringt einem nicht so viel, auf den Stern zu springen, wenn der anderen steht, dann ist man ja selber weg. Also von daher... Dann ist man weg vom Fenster wie ein Rentner, der gestorben ist. Oh nein, ich... Theoretisch macht das... Die 4 ist... Die 4 gibt's, ne? Die 4 gibt es, ja. Okay, dann... 3 und 5 gibt's nicht. Wenn dem so ist... Ah, guck, hab ich Glück gehabt. Mit der 4 hätte ich mich rausgehauen. So, ich bin zumindest einmal geschützt auf einem Erdefeld. Oh shit. Was geht da ab, ey? Ich hab grad Cheat Codes aktiviert. Boah! Ah, du bist am sicher nicht so eng, wenn du eine 5 bräuchst, bis du ganz durchgehst, ne? Ja. Oder... Und ich könnte ja eine 1 oder einen Stern würfeln. Ich glaub, da bin ich im Moment überhaupt nicht gefährdet, rausgehauen zu werden. Kann ich besser warten. Oh shit! Okay, ich hab alles immer raus. Ja, das meinte ich. Boah, ja mit dem Stern kann man direkt durchschießen dann, da muss man nicht noch die genaue Zahl rufen. Ja. Und ich bin grad Erster. Ist das nicht uut? Ich find's relativ gut. Jetzt bin ich nur noch Zweiter. Ey, ich will dich jetzt rauskicken. Also du bist ja gar nicht da, du bist ja nicht der Blaue. Aber ey, ich bin jetzt rauskicken. Du kannst mega rauskicken grad. Ich fand irgendwie aus dem Trip, dass du der Blaue bist. Oh shit! Merz, das werde ich zu diesem Thema nicht sagen. Ja, weißt du nur, bei diesem einen Vogel da, wo immer nur ein Satz ist, immer mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hätte ich vor, ihr wollt irgendwie so ein Thema was schreiben, sagte nur ein Satz und dann so merke ich jetzt nicht sagen. Ist auch völlig normal. Völlig legitim. Wie findest du das auch gut dabei, möchte ich dann merken, ne? Wer du? Ne, du nicht. Boah. Ey, der Blaue kassiert richtig hart, ne? Der Blaue hat überhaupt keine Felsen. Oh. Was ist los mit dem? Der Blaue. Okay. Oh shit, er ist safe. Ey, ich will dich extra auf das Erdeskild draufstellen. Oh shit, ich liebe auf dem Stern, das ist nicht gut. Würfel mal gleich ein 2. No, du bist ja nicht einfach verschanzter. Ein böser Mann. Richtig, ich will dich die Erde... Ohhhh. Geh ab. Oh shit, er ist vor mir. Moment, du hast doch... Ich muss es ja leider wieder aufbringen. Du hast doch noch nie ein Spiel gewonnen, bei dem du mit dabei warst, oder? Ähm. Du siehst doch bisher gar nicht mal so schlecht aus. Sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus bisher. Ey, der Blaue, was geht mit dem Blauen? Was haben wir schon? Backgammon gespielt? Backgammon haben wir noch... Ne, Backgammon haben wir auch noch nicht gespielt. Da rechne ich mir die größten Siegeschancen aus. Schön, Backgammon müssen wir auch mal irgendwann machen. Ey, wir müssen mal hier. Oh shit. Ach ne, du kommst ja weg. Oh shit. Ach ne, doch nicht. Ich wollte dich grad schon auslachen. Ohhhh. Tschüss. Oh fuck. Was ist denn los, ey? Hehehehe. Dieser Mann. Dieser Mann wird jetzt sein erstes Garme gewinnen, wo er dabei ist. Obwohl den Yellow-One werde ich wohl nicht sagen können, aber... vor allem 6 auf die um jetzt wirklich ein Stern war Fahra Scheiße der Yellow One soll mal keine Zweigwürfel Blut der Yellow One auf die Schirren er hört Hammersport auf mich der PC hört einfach Oh nein Braver PC noch ein Stern ja ich würde entblieben an deiner Stelle Jo, ich bin da gut dabei. Ey, der Blau, was ist eigentlich mit dem? Spielt du überhaupt mit? Oder will der da noch sitzen? Wo spielt der überhaupt mit? Der Blau kann nichts machen. Moment, ich erinnere mich. Hatten wir nicht mal ausfielen? Ja, klar ausfielen. Aber hatten wir nicht mal eine Runde, bei dem einer von uns beiden bis zum Schluss nicht rausgegangen ist mit allen? Ich war das, ja. Das war wirklich eine Runde. Da war mit allen vielen zum Schluss. Alter, was ne Kacke. Boah. Oh, shit. Ich werde nicht den Yellow One jetzt ein bisschen nach hinten befördern. Ich weiß aber damit eben nicht dir den Weg. Das ist eigentlich eine gute Sache, dass wir das aus Versehen mit vier Spielen spielen. Auf die Weise gibt es noch viel mehr Rivalitäten hier. Ja, stimmt. Ich hoffe, du würfelst jetzt einfach richtig lange keine Erde. Ja. Das hättest du dir so verdient. Ich weiß auch nicht warum, aber du hättest es dir verdienen. Oh, shit. Ich war clever. Ich bin nicht auf das Erdefeld gegangen. Du hättest ja richtig hart drauf, ey. Ja, du bist ja noch vor dem. Aber wenn du so weitermachst, dann... Oh nein. Oh nein. So, übrigens eine Erde. Wie ist er mal in abgehebt? Oh je. Ich habe jetzt alle draußen. So, jetzt kommen wir... Ja, sechs ist wunderschön, wenn ich es nicht... Beim Originalspiel, worauf das basiert, ist ja eine sechs gut zum Rauskommen. Das ist richtig shitty. Toll, wen bewege ich jetzt? Na, ich werde jetzt wahrscheinlich eh vom Yellow One gleich rausgehauen. Denk mal, der wird einen Stern kriegen. Denk mal, der wird einen Stern kriegen. Oh, doch nicht. Oh. Oh, ich habe einen Stern. Oh, ich habe einen Stern. Oh, 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 oh. Ja, scheiße. Wenn das jetzt ein Stern da ist, dann ist es verkackt sowieso. Okay, du hast schon mal keinen Stern. Was ist das eigentlich für eine Kasse? Wir kriegen immer genau das, was wir... Boah, der Blue Ball bringt auch schon mit einer Geeklassierung ab hier. Ja, hat er sich verdient. Oh nein, ich stehe direkt vorne, ey. Oh. Was wird dieser Mann jetzt machen? Oha. Eins bitte. Ja. Das ist gefährlich, aber das kannst du ja eh nichts machen. Gehst du ihn, sei es Stern oder eine 2 gleich. Ich seh's kommen. Ja, der Gelbe auch. Die Chance ist 1 zu 3. Das ist jetzt mega hart. Ich glaube, ich werde wieder nicht gewinnen. Oh, der Yellow One, Alter. So, jetzt aber eine Erde oder so. Ja, das finde ich. Geht dir die Erde wieder hier. Der feigt um eine Million Euro. Um eine Million Euro, ja. Bei mir ist Schadensbegrenzung angesagt. Oh nein, ich muss auch so... Oh ja, bewegt dich mal zwei Fälle noch vor. Oh nein. Der Yellow One darf jetzt auf keinen Fall eine Erde würfeln. Ich hoffe, er würfeln. Erde. 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 Oh shit. Ja, ich muss ja reden. Ja, und dieser Mann kriegt natürlich einen Stern. Oh. Na, das sieht ganz gut aus jetzt. Für mich. Warum kriegt der jetzt das denn? Wieso nimmt der nicht sein Netz raus einfach? Ja. Das ist ja mega fail, man. Ja, toll. Jetzt habe ich das zu nehmen. Ich muss jetzt irgendwie hoffen, noch rauszukommen und nicht mit den Nebeln rumzufahren. Das ist doof. Ich kann nämlich erst richtig dreimal würfeln, wenn auch alle Figuren, die auf dem Feld in der Mitte auch da sind. Also ich kann jetzt momentan nur noch die Figur hin und her schieben bei mir. Dieser Mann. Das macht auch Spaß. Oh, das macht so Spaß hier. Äh. Dreien gibt's ja nicht. Oh shit, ey. Also ich bin, hab zwar einen riesigen... Wow. Was zur Hölle ist das? Der, der Blue One verkackt mega. Ja, ich verkack auch gerade, weil ich nichts machen kann. Äh. Das finde ich gut. Das mundet mir. Ja, weißt du, welchen bewegst du jetzt, ne? Ja. Sind alle scheiße irgendwie. Ich bewege den drauf. Und hoffe, dass der Yellow One einen Stern kriegt. Äh, keinen Stern kriegt. Du möchtest doch einen Stern kriegt. Und wenn er einen kriegt, dann bewegt er einfach wen anders. Der Blue Man ist, der Blue Man ist mein Favorit in diesem Spiel. Oh shit, der nur ne 3 kann er nicht würfeln. Ja. Wir kriegen aber doch nicht immer das, was wir im wenigsten brauchen könnten. Ja. Ich kann nicht ne 3 würfeln, du weißt, was du sagst. Ja, das ist... Ich komme hier nicht weiter. Das ist fair play. Jetzt kriegt der Yellow One gleich wieder keinen Stern, hab ich gehört. Die Chance ist 1 zu 6. Oh nein. Ohhhh. Du kriegst jetzt die Erde und den Stern. Johhh. Ich dachte schon. Ne, ich musste ihn auf jeden Fall bewegen, weil dann mit einem 3 kriege ich ja nicht. So, ich muss den jetzt irgendwie schon mal in Sicherheit wiegen. Der Blue ohne. Es wird so lachen, wenn er jetzt wirklich nochmal rausfliegt, kurz verändern und dann halt wirklich bis zum Ende nichts gerissen hat. Könnte passieren. Da geh ich doch fest von aus. Oder er würfelt jetzt ne Erde und nen Stern. Es geht ab. Doch nicht. Oh ja, jetzt... Da hab ich noch einen... What the... Ach so. Warum bewegt der den? Ja, das bringt überhaupt keinen Sinn. Ist der der nicht? Wer bin ich denn? Wo bin ich denn? Äh, rot. Ach da. Ja. Ich kann da nix machen, richtig? Ich... Ich konnte zwei. Da krieg ich den schon mal in die Mitte richtig. Ja, toll. Also nur, wenn niemand gut fühlt, hast du so lange, dass er gewinnt. Ich wollte immer noch am Ende genau die Zahn. Ja. Ist halt immer so ne Glückssache. Der Blue hat einfach alle draußen. Auf einmal, ja. Shit. Okay. Alles noch gut. Oh, ich könnte den Yellow One jetzt rauskicken, aber ich hab... Ah, ich muss den bewegen. Ich kann das nur machen. Oh, ich hoffe, ich würfe jetzt einen Stern. Ja, und der Bluehund kann das auch machen. Ja, einer von meinen. Scheiße. Oh nein. Das musste sein. Ey, wie er es spannend macht. Ja, und jetzt würfelt der einen und haut mich raus. Spasti. Ich sag jetzt. 2-3 Minuten vor jetzt incoming. Ja. Ja, jetzt wirst du dort erstmal hängen bleiben, weil du immer nur einmal würfeln kannst. Ja, du nicht, oder was, wenn du noch einen drin hast und dann da bist? Du könntest auch noch in die Situation geraten. Ja, ich könnte auch in die Situation kommen, aber da ich cool bin, werde ich nicht in diese Situation. Ich kenn wie nur einmal würfeln, ey. Nein! Ich steh richtig scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon, ey. Jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm. Oh. Das wär so mein typisches Pech gewesen in diesem Game. Ja, hol ich jetzt raus, oder? Ja, ich hol raus. Ey, ich... Wird der jetzt auf jeden Fall weggehen, ne? Gib dir voll die Tipps, da wärst du nie draufgekommen von jetzt. Nee, also ich wär dort stehen geblieben. Pfff. Ich mag Züge. Jetzt ja. Shit. Jetzt ja. Jo! So, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Oh, scheiße. Ich darf jetzt keine Erle pingen. Wenn ich auf dem Ende vergrat mich mache. Shit. In your face, bitch. Oh nein. Oh nein. So, jetzt bin ich schon mal einen ganzen Schritt weiter. Ich glaube, am Ende kommt es wirklich darauf an, wer genau die Zahl trifft, um genau in die Mitte zu kommen. Ja, es wird jetzt erstmal mega spannend. Guck dir unsere Feldzahlen an. Ach du Scheiße. Man wird das so spannend jetzt, ey. Scheiße. Der Yellow One wird jetzt hundertprozentig einen Stern kriegen. Oder eine 4. Oder eine 4. Eine 4 kriegt er auch. Oh, ja, danke. Oh, scheiße ist das spannend, ey. Eine 3 kann er nicht kriegen, das heißt du bist safe die Runde. Oh, gekappt. Ja, jetzt hau ich den gleich raus. Auch wenn der eigentlich völlig unbedeutend geworden ist. Oh, ich komme. BAM! Ach du Scheiße. Diese Genugtuung brauchte ich. Das wird echt knapp werden, glaube ich. Gut, du bist jetzt einige Felder vorher, aber am Ende zählt halt... Ja, das heißt noch gar nicht. Deswegen. Ja, aber das heißt ein bisschen was. Wie du einfach fast das ganze Spiel vorne warst und jetzt... Das stimmt gar nicht. Zur Zwischenzeit habe ich, glaube ich, 2. oder 3. gegeben. Ja, ich weiß. Aber dann warst du das. Jo, wie finde ich da so einer Leute auch. Oh ja, komm hier. Oh no. Jetzt keine Erde, ne? Oh, der Stern. Ich will den Stern nicht. Deswegen, du kannst nicht genau durch damit. Ich will den Stern nicht. Jetzt kriegst du einen Stern und dann bin ich wieder ganz am Anfang und raste auf. Guck mal, jetzt mit Ansagen. Es wird der Stern gleich kommen. Bei mir? Ja. Bei mir. Guck hin. Ja. Ich habe 7. Mit Ansagen. Oh nein! Jetzt eine 2. Oh, schau mir so schaufeln aus. Ich brauche nur noch eine scheiß 2. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du könntest das erste Mal, wenn Sonntag das Game gefehlt ist, ey. Ja, das wurde dann auch Zeit. Oho. Ja, Stefan. Du hast ja recht. 2. 2. Oh, du kannst nochmal würfeln. 2. Oh, du kannst nochmal würfeln. 2. Oh, du kannst nicht mehr würfeln. Warum kann man nicht, wenn man in der Box schon ist, mit einem Stern auch nach vorne? Das wäre cool. Ja, das wäre zu einfach. Nee. Das wäre fair. Ohhhh. 2. 2. Ja, das ist toll. Das hier bringt mir so viel. Und genau das ist der Grund, warum man noch nicht gewonnen hat, wenn man schon dort ist. Das ist echt fies, ey. Kann ewig dauern. Ja. Ja. So viel zu kann ewig dauern. 2. Oh Gott, das weh ich. Es wird zum Psycho. Ja, guck mal, das sind 2. Ich hab sie ja. Dann muss mich raus jetzt gehen. Jetzt hier, 2. Nein. 2. Nein. Wow. 4. 4. 4. Ist das fair? Ist das noch fair? 2 nach denen, da bin ich verschont. Ich finde es reichlich nicht fair. Oh Mann. So jetzt. 1. Oh, scheiße. Ich verstehe, weißt du was richtig peinlich wäre, wenn die Computer gewinnen. 1. Ja, das wär mega fast. Ja, das wär mega fast. Du musst gleich nochmal in deine Base rein. 2. Ach ne, 1 will ich ja. Ja, du kannst keine 5 füffeln. Da er keine 5 füffeln kann, bringt dir das jetzt gar nichts. Oh, du kannst 1 füffeln. 1, 1, 1, 1. 1 wie immer in der Schule, Mann. Und dann wie wenn ich gewesen bin? Ooh, ich die komplett ausgeführt. Neiin. Meine Hoffnung ist es gelesen. Nein, das ist eingetreten. Neiin. No bullies. Et Next, der Neuen meaner, Kogito got ruinedimiert zu sein. Ach, du Scheiße. Der Blauen ist recht geduld. Der Blauen hat jetzt... Der geht mega hart auf einmal. Es war er der größte Depp auf der Map. ich bin eigentlich auch fast am gewinn 1 ach du scheiße genau das macht das spiel so heftig genau das macht es so heftiger spiel mit der turnierbedingungen ist es nicht spielbar ich habe mal 10.000 punkten 10.000 die trance bekommen ja glückwunsch zu deinem ersten sieg bei spielst du sonntag ja das war natürlich reines können weil lulu immer reines können unbenannter tisch naja ich würde sagen das spiel ist auf jeden fall spaßig wenn auch manchmal recht unfair weil es ja doch sehr glücksabhängig ist und bis zum nächsten mal einfach